Hallo, hattest du schon mal das Gefühl, dass du dich selber gar nicht magst, zum Beispiel, wenn du in einer Situation versagt hast, die dir wichtig ist? Das zeigt, dass du ein Mensch bist, der Verantwortung nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern sich wirklich Mühe gibt, Dinge gut zu machen und zu Ende zu bringen und dem Situation gerecht zu werden. Andererseits kann es manchmal ein bisschen viel werden und dann kann es sein, dass wir uns blockieren und uns nicht mehr trauen, Dinge zu machen. Und das ist ja nicht der Sinn, weswegen wir hier sind. Wir haben ja alle unsere Jobs zu machen im beruflichen und auch im ideellen Sinn. Und daher möchte ich dir die folgende Übung aus meiner Coachingpraxis vorstellen. Die ist sehr einfach, aber sehr effektiv, hat es wirklich in sich. Ja, wenn du einen Moment Zeit hast, erkläre ich sie dir. Also du brauchst dafür nur einen Spiegel und ein bisschen Mut. Gut. Und zwar nimmst du den Spiegel und schaust rein und sagst, ich liebe dich. Das ist jetzt erstmal total strange. Ja, das macht man nämlich sehr selten. Aber mach es einfach mal. Probier es einfach mal aus. Es ist nicht so schwierig, wie du denkst, aber auch nicht so einfach, wie du jetzt vielleicht denkst. Und sag das einfach ein paar Male, bis du dich so ein bisschen wohler und sicherer damit fühlst. Idealerweise, wenn keiner zuguckt. Ja, diese Übung machst du öfter. Am besten so zwei, drei Wochen lang. Immer mal, wenn du an dem Spiegel vorbeikommst. Und sie hat den Vorteil, dass du ein ruhiges Selbstbewusstsein aufbaust und idealerweise auch ein Verständnis für dich selber. Das haben wir nämlich oft nicht. Wir sagen, wieso geht denn das nicht? Aber du kannst auf die Art und Weise irgendwann feststellen, dass du merkst, ja, aus dem und dem Grund habe ich damals so und so gehandelt. Ich habe es eher nicht besser gewusst. Ich habe die Situation anders eingeschätzt. Ich habe jetzt dazugelernt. Und damit kannst du dir auch ein Stück weit verzeihen und kannst es im nächsten Mal, wenn es wiederkommt, besser machen. Und dazu haben wir im Leben ja oft Gelegenheit. Deswegen denke ich, dass sich diese Übung wirklich sehr für dich lohnt. Obwohl sie so einfach ist, aber sie hat es wirklich in sich, wenn man das mal eine Weile macht. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Übung. Und falls du mal ein bisschen komplexere Fragestellungen oder Herausforderungen hast, würde ich mich freuen, wenn du dann wieder an mich denkst. Da würde ich dich sehr gerne unterstützen. Ja, ich habe eine Coachingpraxis hier in der Nähe von Bad Homburg. Das ist im Rhein-Main-Gebiet. Das ist auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Und ich komme notfalls sogar vor Ort im Rhein-Main-Gebiet, wenn du also zum Beispiel im Krankenhaus bist und nicht weh kannst. Das Gute an der Art, wie ich arbeite, ist allerdings, dass man sehr gut telefonisch arbeiten kann. Und ja, wenn du den Impuls hast, dass das passen könnte, dass du Vertrauen zu mir aufbauen könntest, dann wird der wahrscheinlich stimmen. Dann sprich mich einfach mal an und wir schauen, dass wir mal einen Termin machen zum Kennenlernen. Ja, dir bis dahin alles Gute. Tschüss, deine Cordula.